Hallo und ganz recht herzlich willkommen zu einem weiteren Teil zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic in unserem Fall. Und heute wollen wir uns einmal mehr den Gesundheitsfunktionen widmen, insbesondere EKG und Blutdruck. Der Samsung Health Monitor, den wollen wir uns heute mal im Detail angucken und einrichten. So, bevor wir loslegen, ein Thema, was ich in den Kommentaren immer und immer wieder gefragt werde. Geht die Blutdruckmessung und EKG mit dem Samsung Health Monitor nur mit Samsung Smartphones oder funktioniert das Ganze auch ohne ein Samsung Smartphone? Und grundsätzlich ist es so, offiziell geht das Ganze nur mit Samsung Smartphones. Aber es geht inoffiziell auch mit Poco, Huawei, Xiaomi und keine Ahnung wie sie alle heißen, anderen Smartphone Herstellern. Denn es gibt bei den XDA Developers einen Nutzer, der hat das Ganze umgebaut. Das ist sicherlich ein Workaround und so weiter und so fort. Guckt euch das mal an, wenn ihr interessiert seid. So, wir konzentrieren uns jetzt hier aber erstmal auf die Einrichtung auf einem Original Samsung Smartphone. Alles weitere müsst ihr euch dann selber im Internet mal zusammensuchen. Auch da gibt es Videos im Übrigen für. Also guckt euch das im Zweifel an, wenn ihr da Interesse habt. Vom Grundsatz her müsst ihr natürlich zunächst mal die Sensoren auch für den Samsung Health Monitor freigeben. Und habt dann die Auswahl zwischen der Blutdruckmessung und der EKG-Messung oder dem EKG-Schreiben. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und dann gibt es hier noch zusätzliche Informationen. Zunächst müsst ihr das Ganze aber einrichten. Also bevor ihr auf der Uhr die Messungen durchführen könnt, müsst ihr zunächst eine Kalibrierung vornehmen, insbesondere beim Blutdruck. Und müsst dazu den Health Monitor auf eurem Smartphone öffnen. Gleiches gilt auch für das EKG, wobei da nichts, glaube ich, kalibriert wird, sondern nur eingerichtet wird. Und genau die zwei Sachen werden wir jetzt auch einmal durchführen. Ja, gesagt, getan, wir drücken auf Blutdruck. So, jetzt gehen wir unten auf diese Information. Und ihr seht rechts im Hintergrund öffnet sich jetzt schon die App auf dem Smartphone. Der Samsung Health Monitor, das ist die zugehörige Companion App oder beziehungsweise die Haupt App, um dann nachher auf der Uhr das Ganze durchführen zu können. Und hier werdet ihr zunächst nach ein paar Berechtigungen gefragt, ob denn der Monitor quasi zu Samsung Health Daten übertragen soll oder eben nicht. Da könnt ihr euch natürlich auch dagegen entscheiden. Das ist ganz klar, insbesondere unten das Benutzerprofil. Oben die Daten zu übertragen, macht durchaus Sinn, weil dann habt ihr alles in einer App sozusagen. Aber auch da geht mit euren Gesundheitsdaten bewusst um. Gegebenenfalls vergesst es und beziehungsweise nicht vergesst es, sondern macht diese Freigabe eben nicht. Dann könnt ihr trotzdem messen, aber es wird halt nicht übertragen. Dann müsst ihr hier noch euer Profil ergänzen, falls ihr das noch nicht getan habt und die Daten auch mit dem Profil übernehmen wollt. Ich persönlich sehe da kein Problem drin, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann geht es auch schon los mit der Kalibrierung. Hier unten steht noch ein kleiner Hinweis auf alte Android OS Versionen. Die sind jetzt für uns weniger relevant, deswegen klicken wir mal auf Abbrechen. Und jetzt können wir hier schon die Kalibrierung der Uhr vornehmen. Und ganz wichtig zu wissen ist dabei, ihr braucht für diese Kalibrierung ein Blutdruckmessgerät. Ein separates Blutdruckmessgerät. Ich habe jetzt hier nur eins für den Unterarm. Es wird grundsätzlich gesagt, man soll besser eins für den Oberarm nehmen. Also wird zumindest in der App gesagt. Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin kein Arzt. Ich kann das tatsächlich nicht beurteilen, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Von daher grundsätzlich steht hier Oberarmmessgerät mit oder mit einem Blutdruckmessgerät mit Oberarmmanschette. Das habe ich jetzt nicht. Deswegen muss ich jetzt dieses Gerät hier herhalten. Ich hoffe, das funktioniert auch halbwegs genauso gut. So, dann gibt es hier noch ganz viele Hinweise. Und das ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Punkt. Lest euch das alles genau durch. Es gibt Einschränkungen. Was funktioniert, was nicht. Was sind die Grundvoraussetzungen. Oben auch nochmal die Anleitung. Also wenn ihr da das Ganze tatsächlich notwendigerweise braucht, dann bitte lest euch das nochmal alles im Detail durch. Da gehe ich jetzt nicht im Detail auch nochmal drauf ein, weil das ist einfach zu viel Text. Und ich kann es tatsächlich auch ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe da tatsächlich bisher keine Probleme mit und ich bin auch kein Arzt. Von daher, wir gucken uns jetzt hier rein die technische Komponente an. So, wir legen einmal die Uhr an, denn das müsst ihr tun. Ein Finger breit von eurem Handrücken entfernt. Das ist hier ungefähr gegeben. Und dann seht ihr hier schon, dass das Ganze auch fest sitzen soll. Das ist bei mir gegeben. Also es muss jetzt nicht den Blutzufuhr abschnüren, aber es sollte schon satt auf eurem Handgelenk sitzen. Dann gehen wir einmal weiter und legen auf der anderen Seite. Also ich trage jetzt ja die Uhr rechts, deswegen kommt die Manschette jetzt nach links. Das legen wir jetzt auch einmal an und dann kann es im Prinzip auch schon losgehen. Vom Grundsatz her funktioniert das Ganze, zumindest mein Verständnis, und wenn ihr mehr wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, funktioniert das Ganze durch diese Kalibrierung einfach nur über die Differenzmessung. Also die Uhr kann nicht selber messen, sondern misst nur die Differenz zu dem Blutdruckmessgerät. Und das wird jetzt einmal kalibriert und danach wird quasi über diese Differenzmessung das Ganze auch ausgestaltet. Ja, wenn ihr da Näheres wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare. So ist zumindest mein Verständnis davon, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt seht ihr natürlich nicht im Bild, aber ich halte jetzt quasi die Manschette so, dass eine Blutdruckmessung vernünftig durchgeführt werden kann. Auf der anderen Seite, die Uhr misst quasi parallel auch mit. Ich spule es jetzt mal ein bisschen vor, weil das Ganze jetzt etwas dauert. Dann zeige ich euch hier nochmal, wie es auf der Uhr aussieht. So sieht das Ganze dann auf der Uhr aus. Und ihr bekommt auch immer eine Info, wie weit ihr schon seid. Jetzt ist die Uhr auf 100% und das Blutdruckmessgerät schließt gerade quasi die Messung auch ab. Und dann müsst ihr hier die Daten vom Blutdruckmessgerät einmal erfassen, damit die App halt eben kalibriert ist und weiß, die Uhr hat jetzt gerade X gemessen. Das bedeutet, übersetzt über das Blutdruckmessgerät, was ihr auf der anderen Seite oder auf der anderen Hand gehabt habt, bedeutet das Y-Werte. Und dadurch findet quasi diese Kalibrierung statt. So, jetzt seht ihr hier, alles klar, die Uhrmessung ist abgeschlossen. Wir geben jetzt mal die Werte ein. So, jetzt ist das hier etwas hoch. Zum Glück machen wir noch eine zweite und eine dritte Messung. Dann gucken wir mal, was da rauskommt. Na, so, die 72 noch. Genau. Geben wir auch mal ein. Das sind die Werte vom Blutdruckmessgerät. Einmal bestätigen. Nochmal bestätigen. Und dann müsst ihr noch zwei weitere Messungen durchführen. Das mache ich tatsächlich jetzt auch mal, weil das durchaus Sinn macht, da tatsächlich drei Messungen auch zu machen. So, die zweite Messung habe ich euch jetzt erspart. Die war auch 117 zu 74. Also insofern die erste Messung leicht höher. Auch das geben wir ein. Und damit sind wir durch. Die Kalibrierung ist abgeschlossen. Und jetzt können wir auf der Uhr tatsächlich auch die erste Messung über die Uhr ab durchführen. Die Kalibrierung müsst ihr übrigens in regelmäßigen Zeitabständen wiederholen. Das macht auch Sinn, damit da nochmal das Ganze etwas genauer kalibriert wird sozusagen. Ja, ich meine, das sagt der Name ja schon. So, dass man da einfach versucht, auch bestmöglich das Ganze sauber darzustellen. Ihr seht aber auch immer, bevor ihr die Messung durchführt, müsst ihr hier so einen riesigen Text wegklicken. Da sichert sich Samsung natürlich auch ab. Ich würde immer sagen, im Zweifel ist das hier ein Gadget und kein medizinisches Gerät. Auch wenn es da ja, glaube ich, mittlerweile Zulassungen und so weiter gibt. Da sollte man auf Nummer sicher gehen und sich nicht auf die Uhr verlassen, sondern da wirklich die notwendigen oder vielleicht auch Profigeräte gegebenenfalls halt entsprechend nutzen. So, jetzt seht ihr hier, da ist die Messung durchgelaufen. Und dann haben wir unseren Blutdruck auch zum ersten Mal gemessen. Und ab sofort könnt ihr quasi einfach über die App auf eurer Uhr den Blutdruck in regelmäßigen Abständen messen. So, so ihr denn wollt. Und das Ganze wird dann auch auf den Samsung Health Monitor auf eurem Smartphone übertragen. Ihr habt hier nochmal Infos auch dazu, wie gemessen wird und so weiter und so fort. Und dann sehen wir hier auch schon, unsere Messung taucht jetzt auch entsprechend auf. Und wir können jetzt hier uns den Verlauf angucken und so weiter und so fort. Und können jetzt natürlich auch rüber wechseln zu EKG. Und das werden wir jetzt auch mal tun. So, dazu gleiches Prinzip, auf der Uhr EKG anwählen, dann fahre fort. Da passiert jetzt im Hintergrund nichts, weil wir sind schon in der entsprechenden Einstellung. Also wir sind in dem EKG-Blog im Samsung Health Monitor. Erste Schritte einmal angeklickt und dann wird hier auch nochmal beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Könnt ihr euch dann, wenn ihr mögt, intensiv nochmal durchlesen. Wir gehen einmal auf Weiter. Dann werden hier noch viele Informationen dazu gegeben, was bedeutet es, wenn Ergebnisse schlecht oder wenn Ergebnisse nicht sauber interpretiert werden können. Hier nochmal, was bedeutet es oder beziehungsweise was für Einschränkungen gibt es, wann funktioniert das Ganze nicht vernünftig. Und ihr seht hier auch nochmal ganz viele Einschränkungen. Also ich kann das, wie gesagt, nur nochmal wiederholen. Kein medizinisches Gerät aus meiner Sicht. Gadget ja, medizinisches Gerät sicherlich im Zweifel nur eingeschränkt. Das ist zumindest meine Meinung, da kann aber jeder auch eine andere Meinung zu haben. So und beim EKG müsst ihr tatsächlich nichts kalibrieren oder sowas, sondern ihr könnt die Messung einmal durchführen oder beziehungsweise einfach durchführen, nachdem ihr euch hier so ein bisschen durchgeklickt habt. Das ist gar nicht ganz so kompliziert. Man sollte sich das, wie gesagt, nur intensiv durchlesen. Das Gerät brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir gehen jetzt einmal hin und führen mal die erste Messung durch. Dazu einmal auf der Uhr. Na, ein bisschen höher muss ich es halten, sonst sieht man es nicht. Wie gesagt, hier auch nochmal dieser ellenlange Text. Den seht ihr jetzt immer, bevor ihr eine Messung durchführen könnt. Und das müsst ihr unten auch mit OK bestätigen. Und dann ist es beim EKG so, dass ihr quasi euren Finger hier oben auf den Homebutton halten müsst. Und dann, ich spule es jetzt mal gerade vor, weil 30 Sekunden doch recht lang sind, wird die Messung entsprechend ausgeführt. Und ihr bekommt hier eine Information. In meinem Fall jetzt keine Anzeichen für ein Vorhofflimmern. Ansonsten noch weitere Informationen. Hier könnt ihr noch Symptome hinzufügen, falls ihr euch in irgendeiner Art und Weise unwohl fühlt, damit das Ganze mit abgespeichert wird. Und damit wird diese EKG-Messung dann auch in euer Smartphone oder beziehungsweise auf euer Smartphone gegebenenfalls in die Samsung Health App, sofern ihr am Anfang der Übertragung zugestimmt habt, dann übertragen. So, was will ich euch jetzt nochmal zeigen? Manchmal kommt es vor, dass der Finger nicht sauber erkannt wird. Dann einfach nochmal neu versuchen beziehungsweise warten. Das funktioniert im Zweifel dann beim zweiten oder dritten Mal auf jeden Fall. Und dann seht ihr hier gleiche Messung, also keine neuen Informationen. Damit sind wir auch schon durch. EKG haben wir gemacht, Blutdruck haben wir gemacht. Ich habe euch meine Meinung dazu gesagt. Ich persönlich benutze das zwar, aber nur als Indikation, nicht als wirkliches medizinisches Gerät. Und nochmal, das muss jeder selber entscheiden. Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin kein Arzt. Ich kann nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht misst. Da will ich mich gar nicht zu äußern. Es geht hier rein um die technische Komponente. Und die Übertragung und so weiter der Daten funktioniert aus meiner Sicht gut. Insgesamt würde ich sagen, die Einrichtung auch relativ einfach. Kalibrierung müsst ihr regelmäßig nachholen. Das ist nun mal so. Macht aber glaube ich auch Sinn, um einfach die Genauigkeit zu erhöhen. Und ansonsten habt ihr alle Daten dann, sofern ihr zugestimmt habt, auch in eurer Samsung Health App. Und könnt die dann auch per PDF-Austausch verschicken, ausdrucken, was auch immer ihr damit machen möchtet. Wenn ihr das mit zum Arzt nehmen möchtet und so weiter und so fort. All das funktioniert dann. Und über die App auf der Uhr könnt ihr auch jederzeit eine Messung auslösen und starten. Sodass ihr da auch zu den regelmäßigen Zyklen quasi einen Überblick behaltet, wie eure Blutdruckwerte und gegebenenfalls auch das EKG geschrieben wird. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer Alexa Kamera aus. Okay.